77 Giving reasons 3 Etwas begründen 3 Why aren't you eating the cake? Warum essen Sie die Torte nicht? Warum essen Sie die Torte nicht? I must lose weight. Ich muss abnehmen. I'm not eating it because I must lose weight. Ich esse sie nicht, weil ich abnehmen muss. Why aren't you drinking the beer? Warum trinken Sie das Bier nicht? Warum trinken Sie das Bier nicht? I have to drive. Ich muss noch fahren. Ich muss noch fahren. Ich trinke es nicht, weil ich noch fahren muss. Ich trinke es nicht, weil ich noch fahren muss. Why aren't you drinking the coffee? Warum trinkst du den Kaffee nicht? Warum trinkst du den Kaffee nicht? It is cold. Er ist kalt. Er ist kalt. I'm not drinking it because it is cold. Ich trinke es nicht, weil er kalt ist. Ich trinke es nicht, weil er kalt ist. Why aren't you drinking the tea? Warum trinkst du den Tee nicht? Warum trinkst du den Tee nicht? I have no sugar. Ich habe keinen Zucker. Ich habe keinen Zucker. I'm not drinking it because I don't have any sugar. Ich trinke ihn nicht, weil ich keinen Zucker habe. Ich trinke ihn nicht, weil ich keinen Zucker habe. Why aren't you eating the soup? Warum essen Sie die Suppe nicht? Warum essen Sie die Suppe nicht? I didn't order it. Ich habe sie nicht bestellt. Ich habe sie nicht bestellt. I'm not eating it because I didn't order it. Ich esse sie nicht, weil ich sie nicht bestellt habe. Ich esse sie nicht, weil ich sie nicht bestellt habe. Why don't you eat the meat? Warum essen Sie das Fleisch nicht? Warum essen Sie das Fleisch nicht? I am a vegetarian. Ich bin Vegetarier. Ich bin Vegetarier. I'm not eating it because I'm a vegetarian. Ich esse es nicht, weil ich Vegetarier bin. Ich esse es nicht, weil ich Vegetarier bin. Ich danke dir. Oder wenn du uns tuierst? Ich habe das für mich gesehen. Ichwerbe es nicht, weil ich das nicht um die レ privacy verunci spaces rise. Vielen Dank.